Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Lernen, lernen, reinbeigen. Daher gehe ich jetzt dann. Sommer, Sonne und Strand und wo wir hängen. Spannende Musik Boah, das schiesst wieder mal an heute. Ich könnte mir wirklich etwas Besseres vorstellen als hier rumzuhangen. Achtung, jetzt kommt es dann wieder. Genau, und da ist es. Stress, immer dieser Mami-Stress. Ich kann es nicht mehr hören. Stärke beweisen, Freunde beeindrucken, Erfolge geniessen, das gehört zum Leben. Stress, Frust, Ärger oder Enttäuschung aber auch. Können Ärger und Stress Aufmerksamkeit und Konzentration beim Fahren beeinflussen? So, jetzt ist Schluss. Jetzt hat die Girls einpackt und dann geht es los. Es ist schliesslich mein Leben. Ich habe die Stütze zusammen für die neuen Rennfelgen. Pff, der hat doch keine Ahnung. Das sieht ja extrem geil aus. Mit denen glaube ich noch viel mehr auf der Strasse. Ah ja, schau mal da. Der Prinz kommt vom Shoppen, ich vom Schaffen und er lässt sich wieder mal rumchauffieren. Ich will jetzt nach Hause. Die Teppen von Velofahrern sind auch immer auf der Strasse, wenn man es präsent hat. Spinnt der? Das ist geil! Da kann jetzt also niemand mehr etwas sagen. Dann wollen dann eh alle mit mir herumfahren. Wenn mein Auto mal so aussehen. Einmal ist mir sicher und schnell am Ziel. Alles aussteigen, alle schöne Mädchen verlassen das Auto. Ich glaube, ich habe zwei neue Fans. Die Teppen von woanders meistens. Die Teppen von Theyge Willkommen Untertitelung des ZDF, 2020